Wir meinen es ernst mit den gleichwertigen Lebensverhältnissen in der Stadt als auch auf dem Land. Dazu gehört auch ein schneller Internetzugang, also deutlich mehr als 2 Megabit pro Sekunde. Und anders als Schwarz-Gelb möchten wir das nicht einfach nur dem Markt überlassen, der kann das nicht richten, sondern wir brauchen auch eine staatliche Förderung, dass auch die Menschen auf dem Land eine Firma gründen können, dass die sich auch am politischen Leben beteiligen möchten, die Mediatheken beispielsweise benutzen können. Und deswegen ist es wichtig, im September mit beiden Stimmen die Grünen zu wählen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017